71 Prozent unseres Planeten sind von Wasser bedeckt. 96,5 Prozent allen Wassers auf der Erde befinden sich in den Ozeanen. Doch selbst diese Zahlen können das riesige Ausmaß kaum begreifbar machen. Die Ozeane sind der gigantischste Lebensraum auf unserem Planeten. Das Leben hat nahezu alle Bereiche dieses riesigen Raumes erobert und hier eine enorme Anzahl verschiedenster Lebensformen hervorgebracht. Die Meere erstrecken sich über alle Klimazonen der Erde und vom warmen, sonnendurchfluteten Flachwasser bis in eiskalte, lichtlose Tiefen. Daher sind sie nicht nur das Größte, sondern auch das vielfältigste Ökosystem der Erde. Manche der hier lebenden Tiere durchstreifen riesige Distanzen und verschiedene Klimazonen, während andere auf kleine, eng begrenzte Lebensräume beschränkt sind, die ihnen passende Bedingungen bieten. Die artenreichsten Lebensräume unserer Meere sind die Korallenriffe. Es sind einzigartige Hotspots Marinenlebens. Ihre ökologische Bedeutung auch für die übrigen Meeresbereiche ist enorm. Die Biodiversität ist hier so groß, dass sie nur mit den tropischen Regenwäldern vergleichbar ist. Und nirgendwo sonst gibt es eine ähnliche Vielfalt an Lebensformen. Obwohl die Riffe nur 0,015 Prozent der Meeresfläche bedecken, sind rund ein Viertel aller in den Meeren vorkommenden Fischarten in irgendeiner Weise auf sie angewiesen. Die meisten Korallenfische verlassen die Riffe niemals, weil sie die Nahrung und den Schutz dieses Lebensraumes brauchen. Doch auch viele Fischarten, die im offenen Meer leben, sind von den Riffen abhängig. Sie legen dort ihren Laich ab, denn nur die Riffe können den Larven und Jungfischen passende Lebensbedingungen bieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Kugelfisch taucht auf. Diese eigenartigen Tiere können sich bei Gefahr voll Wasser pumpen und sich so zu einer großen Kugel aufblähen, die für ihre Feinde schwer zu greifen ist. Doch ist dies nicht ihre einzige Waffe. Sie verfügen über eines der stärksten Gifte im Tierreich, das für Menschen in jedem Fall tödlich ist. Sehr viel harmloser sind die Blaustreifenschnapper. Sie halten sich tagsüber in großen Schwärmen im Schutz der Korallen auf. Auch die Schwarztupfen-Süßlippen sind überwiegend nachtaktiv, nutzen während des Tages den Schutz des Riffs und die Sicherheit des Schwarms. Erst in der Nacht verteilen sie sich, um kleine Fische und Krebstiere zu jagen. Eine ähnliche Lebensweise haben die Gelbflossenbarben, die tagsüber in großen Schwärmen über dem Riff schweben. Viele Korallenfische faszinieren durch ihre außergewöhnlichen Formen und ihre Farbenpracht. Der Rotmeerwimpelfisch ist ein schönes Beispiel dafür. Er verbringt sein ganzes Leben in der Nähe des Riffs. Seine Nahrungsgrundlage ist jedoch nicht das Riff selbst, sondern tierisches Plankton, das von Meeresströmungen aus tieferen Wasserschichten heraufgetragen wird. Damit ist der Wimpelfisch ein sehr typischer Bewohner des Riffs. Hier findet er einen schützenden Lebensraum. Bei der Nahrung ist er aber quasi auf einen Import von außen angewiesen. Das herangespülte Plankton bildet die Grundlage der breiten Nahrungspyramide, denn das Riff selbst produziert nur wenig Nährstoffe. Manche der Riffe sind so groß, dass sie unterseeischen Gebirgen ähneln. Und doch wurden sie alle von winzigen Lebewesen geschaffen, den Korallenpolypen. Die Polypen der Steinkorallen bilden winzige Kalkröhrchen um ihren Körper, die ihnen Schutz bieten. Stirbt ein Polyp, bleibt sein Skelett bestehen und neue Polypen siedeln sich ihrerseits auf dieser Grundlage an. So wächst das Riff immer weiter und über Jahrmillionen können wahre unterseeische Gebirge entstehen. Auf den Malediven gibt es Riffe, die sich mehr als zwei Kilometer über dem Meeresboden erheben. Das Great Barrier Reef vor der australischen Küste ist 2300 Kilometer lang. Korallenriffe sind die größten von Lebewesen geschaffenen Strukturen auf der Erde und übertreffen selbst die größten Megaprojekte der Menschheit. Die riffbildenden Steinkorallenarten können nur in Gewässern leben, die eine ständige Wassertemperatur von mehr als 20 Grad haben. Das beschränkt ihre Verbreitung auf die tropischen und subtropischen Meere. Darüber hinaus sind sie auch auf ein hohes Maß an Sonnenlicht angewiesen, weil die Korallenpolypen in Symbiose mit einzelligen Algen leben. Sie können daher nur in den oberen Wasserzonen bis in eine Tiefe von um die 50 Meter gedeihen. Die Langflossen-Fledermausfische halten sich meistens in kleinen Gruppen knapp über dem Riff auf. Sie sind Allesfresser. Neben kleinen Wirbellosen nehmen sie auch Algen zu sich. Die zahllosen Algen sind in den oberen Wasserzonen in den oberen Wasserzonen in den oberen Wasserzonen in den oberen Wasserzonen. Die Arten von wirbellosen Tieren wie die Schlangensterne sind weitaus weniger auffällig als die Fische. Sie sind aber ein außerordentlich wichtiger Teil des Ökosystems, weil sie die Nahrungsgrundlage etlicher Fischarten bilden. Wie eine kugelförmige Wolke schwebt ein Makrelenschwarm heran. Schwarmfische beeindrucken oft durch ihre fast synchronen Bewegungen, die den gesamten Schwarm wie einen einzigen denkenden Organismus erscheinen lassen. Ein Leittier gibt es jedoch nicht. Der ganze Schwarm funktioniert nach einem simplen Prinzip. Jeder Fisch bleibt dicht bei den anderen und reagiert immer sofort auf die Bewegungen der Tiere, die sich gerade neben ihm befinden. Die größeren Raubfische, die an der Spitze der Nahrungspyramide stehen, durchstreifen ihr Revier meistens als Einzelgänger. Eine Ausnahme machen die Barracudas, die, wie viele ihrer Beutefische, Schwärme bilden. Auch die Beilbauchfische bleiben immer im Schwarmverband. Erst in der Nacht verlassen sie das Riff, um im freien Wasser nach Plankton zu jagen. Musik Der Blaupunkt Stechrochen ist ein reiner Bodenbewohner und nie im freien Wasser zu sehen. Er sucht am Meeresboden nach Würmen, Garmelen und Schalentieren. Auch die Sepia hält sich überwiegend in Bodennähe auf, denn im Gegensatz zu den verwandten Kalmaren sind Sepien keine besonders guten Schwimmer. Diese Weichtiere haben ein Innenskelett, das aus einem einzigen Kalkstück besteht. Es ist von Luftblasen durchzogen und gibt dem Tier daher Auftrieb. Für die Fortbewegung sorgen die wellenförmigen Bewegungen des Mantelsaums. Sepien sind in der Lage, blitzartig ihre Farbe zu ändern. Manchmal erfolgen diese Farbwechsel so schnell, dass die Tiere regelrecht flimmern. Sie benutzen diese außergewöhnliche Fähigkeit, um sich zu tarnen, indem sie einfach Farbe und Struktur der Umgebung annehmen. Aber das Farbenspiel dient auch der Kommunikation, indem die Tiere ihren Artgenossen gegenüber Stimmungen wie Paarungsbereitschaft, Stress oder Aggressivität ausdrücken. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit den Tieren am Riff zählen die riesigen Manta-Rochen. Ihre flügelartigen Flossen erreichen eine Spannweite von bis zu 5 Metern und geben den Tieren eine bedrohliche Erscheinung. Tatsächlich sind die Mantas aber völlig harmlos, denn sie ernähren sich ausschließlich von tierischem Plankton. Mit den auffälligen Flossen, die an beiden Seiten des Kopfes herabhängen, leiten sie planktonreiches Wasser in das breite Maul, um die Nahrung dort auszufiltern. Dies ist auch der Grund, warum sie sich gerne am Riff aufhalten. Hier tragen die Meeresströmungen große Mengen dieser winzigen Meerestiere aus der Tiefe heran. Mantar-Rochen wiegen 2 bis 3 Tonnen und müssen täglich bis zu 14 Prozent ihres Körpergewichts an Nahrung zu sich nehmen. Daher sind sie darauf angewiesen, sich ständig in planktonreichen Gewässern aufzuhalten. Die Mantas werden oft von sogenannten Schiffshaltern begleitet. Diese eigenartigen Fischer haben eine Rückenflosse, die zu einem Saugnapf umgebildet ist. Damit saugen sie sich an größeren Tieren wie den Mantas oder auch an Schiffen und Booten fest und lassen sich so über weite Entfernungen transportieren. Aber die Schiffshalter sind nicht die einzigen kleineren Fische, die von den Mantas profitieren. Manche Arten sind darauf spezialisiert, Parasiten von der Haut der riesigen Rochen aufzupicken. Die Mantas suchen dazu bestimmte Stellen im Riff auf, sogenannte Putzstationen, an denen die Putzerfische auf sie warten. Vertraue und blue. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Delfine gehören wohl zu den faszinierendsten aller Meeresbewohner. Ihre außerordentliche Intelligenz hat Menschen zu allen Zeiten beeindruckt. Ihre Fähigkeit, auch komplexe Zusammenhänge verstehen zu können, ist ein bis heute nicht erschöpftes Forschungsgebiet. Delfine sind ausgesprochen gesellig und leben stets in kleinen Gruppen, sogenannten Schulen. Eine sehr weitgehend differenzierte Kommunikation ermöglicht es ihnen, sich auch über komplexe Sachverhalte abzustimmen und so zum Beispiel diffizile Jagdstrategien zu entwickeln. Neueste Forschungen deuten sogar darauf hin, dass Delfine sich selbst so etwas wie Namen geben und sich damit von den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ansprechen lassen. Delfine sind ausgesprochen schnelle, ausdauernde und kraftvolle Schwimmer, die Geschwindigkeiten von mehr als 50 Kilometern pro Stunde erreichen können. Sie sind agil und wendig und haben einen ausgeprägten Spieltrieb. Außerdem können sie sehr gut hören und sehen. Beim Fischfang benutzen sie darüber hinaus eine Echoortung, die es ihnen ermöglicht, ihre Beute durch die Reflexion von Schallimpulsen zu orten. All diese erstaunlichen Fähigkeiten, die bis heute nur ansatzweise erforscht sind, haben die Delfine zu einem lebenden Mythos gemacht. Dass sie sich Menschen gegenüber ausgesprochen freundlich und oft auch zutraulich verhalten, hat darüber hinaus viel dazu beigetragen, dass viele Menschen sie als die interessantesten und sympathischsten Tiere überhaupt betrachten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Am Korallenriff sind die Gelfine allerdings nur Gäste. Sie stehen an der Spitze der Nahrungskette und jagen ihre Beutetiere, hauptsächlich alle Arten von kleineren Fischen, im freien Wasser. Dabei legen sie weite Entfernungen zurück. Manche Arten schwimmen bis zu 100 Kilometer pro Tag und tauchen bis zu 500 Meter tief. Das Riff ist daher nur eine gelegentlich aufgesuchte Nahrungsquelle und eine häufige Begegnungsstätte mit Tauchern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Wurzelmundqualle bewegt sich mit eleganten Kontraktionsbewegungen ihres Schirmes langsam durch das Riff. Mit einem Durchmesser von bis zu 50 Zentimetern ist sie eine der größten Quallen. Wie so viele Riffbewohner ernährt sich die Qualle von Plankton, das sie mit den Fangbändern an ihren Tentakeln aus dem Wasser filtert. Die langen, giftigen Tentakel dienen der Qualle auch als Waffe gegen Feinde. Doch nicht immer mit Erfolg. Hier haben verschiedene Arten von Falterfischen die Qualle als Beute entdeckt. Diesem Angriff hat sie nichts entgegenzusetzen. Das erinnert uns daran, dass auch das Korallenriff ein Biotop ist, das von einem harten Kampf ums Überleben geprägt ist und in dieser prachtvollen, farbenfrohen Gesellschaft Leben und Tod sehr nah beieinander liegen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Deutlich weniger verletzlich ist die Riesenmuräne. Sie erreicht eine Länge von über zwei Metern und steht als großer Raubfisch weit oben in der Nahrungspyramide. Untertitelung des ZDF, 2020 Erst wenn sie ihre Höhle verlässt, wird ihre beträchtliche Größe sichtbar. Ein Buckelkopf-Papageifisch durchstreift sein Revier vor einem Hintergrund aus wimmelnden Schwarmfischen. Da tauchen im Hintergrund wie unheimliche Schatten respekteinflößende Tiere auf. Zwei Hammerhaie. Welchen Sinn die eigenartige Kopfform hat, die ihnen ihren Namen gab, ist ungeklärt. Manche Forscher vermuten, dass die weit auseinanderliegenden Augen- und Nasenöffnungen eine verbesserte Raumwahrnehmung ermöglichen. Andere gehen davon aus, dass der breite Kopf wie ein horizontales Ruder der Manövrierfähigkeit dient. Haie sind außerordentlich hochentwickelte Raubtiere. Mit ihrem extrem feinen Geruchssinn können sie verletzte Beutetiere aus großer Entfernung riechen. Darüber hinaus haben sie einen Wahrnehmungssinn, der uns völlig unbekannt ist. Mit speziellen Sinnesorganen im Nasenbereich, den lorenzinischen Ampullen, können sie die schwachen elektrischen Felder wahrnehmen, die andere Lebewesen abgeben. Und auf diese Art auch im Sand verborgene Beutetiere aufspüren. Forscher vermuten sogar, dass die Haie mithilfe dieser Organe das Erdmagnetfeld wahrnehmen und so über weite Strecken navigieren können. Musik Musik Eine gewöhnliche Form hat dieser Weißspitzen-Hochsee-Hai. Mit einer Körperlänge von zwei bis drei Metern gehört er zu den größten Haiarten der Welt. Dieser stets in Bewegung befindliche Jäger ist normalerweise ein Einzelgänger, nur gelegentlich findet er sich in kleinen Gruppen zusammen. Er ist weltweit in allen warmen Meeren vertreten, hält sich aber überwiegend in Zonen mit großer Wassertiefe auf. Der Weißspitzen-Hochsee-Hai ist eine der wenigen Haiarten, die für Menschen potenziell gefährlich sind. Haie sind sicherlich die am meisten gefürchteten Meerestiere. Tatsächlich kommt es ab und zu vor, dass Haie Menschen angreifen und schwer verletzen oder sogar töten. Allerdings sind solche Angriffe selten. Und die Angst vor diesen hochentwickelten und faszinierenden Raubtieren ist im Allgemeinen weit übertrieben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das ist in dem vielen, vielen Dank. Das ist in dem vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Die Seeanemonen Die Seeanemonen sind entfernt mit den Korallen verwandt. Anders als diese bilden sie aber keine festen Kalkskelette, sondern fixieren sich mit einer Fußscheibe am Meeresboden. Daher sind sie im Gegensatz zu den Korallen auch in der Lage, ihren Standort durch langsames Kriechen zu wechseln. Mit ihren langen, sich in der Strömung bewegenden Tentakeln gehören sie sicherlich zu den schönsten Erscheinungen am Riff. Aber diese Tentakel sind nicht so harmlos, wie sie scheinen. Mit den giftigen Nesselzellen an ihren Fangarmen betäuben die Seeanemonen ihrer Beutetiere vorwiegend kleine Fische und Krebse. Die Anemonenfische scheint das nicht zu betreffen. Tatsächlich sind sie durch eine spezielle Schleimschicht immun gegen das Nesselgift und daher in der Lage, sich inmitten der Tentakel aufzuhalten. Dort sind sie gut vor Fressfeinden geschützt, denn kaum ein Raubfisch legt sich gerne mit der Seeanemone an. Allerdings ist diese Symbiose auch für die Anemonen nützlich. Manche Korallenfische, wie einige Falterfischarten, sind durchaus daran interessiert, die Anemone zu fressen. Der Anemonenfisch verteidigt seine Symbiosepartnerin wirksam gegen solche Angriffe. Forscher haben beobachtet, dass eine Anemone oft sehr bald gefressen wird, wenn sie nicht mehr von Anemonenfischen bewohnt wird. Die Anemonenfischer haben eine Eigenschaft, die etwas seltsam erscheint. Sie können ihr Geschlecht wechseln. Alle Tiere sind zunächst männlich und leben in einer kleinen Gruppe mit einem einzigen Weibchen zusammen. Stirbt dieses Alpha-Weibchen, wandelt sich das stärkste Männchen in ein weibliches Tier um und nimmt ihren Platz ein. Tatsächlich ist das Wechseln des Geschlechts aber bei Fischen gar nicht so selten und kommt bei vielen Arten vor. Das ist das Wechseln des Geschlechtes. Das ist das Wechseln des Geschlechtes. Das ist das Wechseln des Geschlechtes. Musik Die enorm weiten Wanderungen der Meeresschildkröten gehören zu den größten Wundern im Tierreich. Die Tiere durchwandern oft ganze Ozeane und legen tausende von Kilometern zurück. Dennoch kehren die weiblichen Tiere zur Eiablage immer wieder an genau den Strand zurück, an dem sie selbst geschlüpft sind. Wie sie es schaffen, in den immensen Weiten der Weltmeere immer zuverlässig an einen ganz bestimmten Punkt zurückzufinden, ist bis heute nicht geklärt. Möglicherweise folgen sie Meeresströmungen. Vielleicht ist es aber auch das Erdmagnetfeld, an dem sie sich orientieren. Eine Suppenschildkröte weidet eine Seegraswiese ab, begleitet von zwei Schiffshaltern. Diese eigenartigen Fische, denen wir schon bei den Mantas begegnet sind, sehen so aus, als würden sie auf dem Röcken schwimmen. Tatsächlich ist ihr Saugorgan aber eine umgebildete Röckenflosse, mit der sie sich an größere Tiere wie Mantarochen oder auch Schildkröten anheften. Musik Meeresschildkröten wurden lange Zeit intensiv bejagt, weil ihre Panzer als Schmuckmaterial begehrt waren. Aber auch das Fleisch wurde sehr geschätzt. Heute sind sie zwar international geschützt, die Bestände erholen sich aber nur sehr langsam, weil die hohen Schwarzmarktpreise einen lebhaften illegalen Handel in Gang halten. Außerdem sind die Schildkröten nicht nur durch direkte Bejagung, sondern auch durch viele andere Faktoren bedroht. So leiden sie unter der zunehmenden Verschmutzung der Meere ebenso wie unter der Fischerei, bei der sie oft unabsichtlich mitgefangen werden und in den Netzen ertrinken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie verbringen ihr ganzes Leben oder zumindest ihre Ruheperioden in diesen Schutzzonen Diese Funktion des Riffs ist daher ein ganz entscheidender Faktor in diesem Ökosystem Ein indischer Gelbklingennasendoktorfisch wirbelt durch den Lichtkegel Ein Maskenfalterfisch leuchtet im Gegenlicht in prachtvollem Gelb Wie viele Riffbewohner ist auch der Großdornhusarenfisch ein nachtaktiver Jäger Während des Tages nutzt er das Riff als Versteck Musik Die Tiger-Kardinalbarsche fallen durch ihre Streifenfärbung auf Sie ziehen sich tagsüber in kleinen Schwärmen in die geschützten Innenbereiche des Riffs zurück Dieser eigenartige Geselle ist ein Blauklingennasendoktorfisch Wie alle Doktorfischer hat er kleine, dornartige Fortsätze an den Seiten, die ihm als Waffen dienen Musik Musik Der Tomatenzackenbarsch ist mit um die 50 Zentimeter eher klein im Vergleich zu anderen Zackenbarsch-Arten Musik Dieses prachtvolle Tier ist eine gehäuselose Schnecke, eine spanische Tänzerin Im Gegensatz zu den unscheinbaren, an Land lebenden Nacktschnecken sind ihre Verwandten im Meer oft ausgesprochen farbenprächtig Die spanische Tänzerin ist sogar in der Lage, aktiv zu schwimmen Ihre Bewegungen erinnert an eine Flamenco-Tänzerin im traditionellen Kleid Was ihr den Namen gegeben hat Sehr viel unscheinbarer ist diese Zitronenbarbe Ihre auffälligen Fortsätze am Maul, die Barteln, sind Sinnesorgane, mit denen sie ihre Beute aufspürt Musik Ganz anders ist die Jagdstrategie des gemeinen Krokodilfisches Er legt sich für gewöhnlich auf dem Meeresboden auf die Lauer und gräbt sich, wenn möglich, auch ein wenig ein Durch seine hervorragende Tarnung ist er dabei so gut wie unsichtbar und kann mit seinen weit oben angeordneten Augen nach Beute Ausschau halten Nicht alle Korallenarten tragen zum Aufbau des Riffs bei Die zahlreichen Arten der Weichkorallen, zu denen auch diese Fächerkorallen gehören, bilden kein festes Kalkskelett Sie werden durch einen erhöhten Wasserdruck in ihrem Inneren in Form gehalten Ihre Nahrungsgrundlage sind winzige Plankton-Bestandteile, die sie aus der Strömung filtern Daher sind ihre Fächer, die recht imposante Ausmaße erreichen können, immer quer zur Strömung aufgestellt Das war es der Zahnung der Ereignisse, die sich mit der Frchlein in der Nähe des Zahnungen zu vertreten Das war es der Zahnung der Ereignisse, die sich mit der Vierkund und die Zahnung aufgestellt Das war es der Zahnung der Zahnung des Zahnüssen, die sich mit der Zahnung des Zahnungen ausgestatteten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Goldstreifenfüsiliere kommen stets in dichten Schwärmen vor, die sich fast synchron bewegen. Dieses Verhalten hilft ihnen, sich vor großen Raubfischen zu schützen, da es diesen dadurch schwerer fällt, einzelne Tiere auszumachen und anzugreifen. Geweihkorallen bilden baumähnliche Gebilde mit zahlreichen Zweigen. Im tieferen Wasser an den Hängen eines Riffs wachsen sie zu tischähnlichen Strukturen heran, um möglichst viel Licht einfangen zu können. Ein Schwarm Juwelenfahnenbarsche schwirrt wie eine flimmernde Wolke an der Außenkante des Riffs. Diese Außenbereiche sind ein bevorzugter Aufenthaltsort vieler Fischarten, da hier planktonreiches Tiefenwasser herangetragen wird. Die Korallenriffe sind ein Lebensraum von faszinierender Schönheit und immenser Vielfalt. Ihre ökologische Bedeutung ist enorm und geht weit über den unmittelbaren Bereich der Riffe hinaus. Denn auch viele im Offenen Meer lebende Tierarten sind in irgendeiner Weise vom Riff abhängig. Doch diese immens wichtigen Ökosysteme verschwinden langsam. Korallen können nur innerhalb eines eng begrenzten Temperaturbereichs gedeihen. Durch die weltweite Klimaveränderung sind daher viele Riffe bedroht, weil die Wassertemperatur ein kritisches Maximum überschreitet. Auch die Überdüngung durch nährstoffreiche Abwässer sowie Fischerei und Tourismus können die Riffe erheblich schädigen. Bereits jetzt sind rund 20 Prozent aller Riffe zerstört. Weitere 50 bis 60 Prozent gelten als ernsthaft gefährdet. Ein wirksamer Schutz dieser einzigartigen Gebiete wird daher immer dringender. Denn mit den Korallen würde weitaus mehr verschwinden als nur ein paar bunte Fische. Untertitelung des ZDF für funk, 2017